Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich zeige euch heute, wie Sie mit OpenOffice die Formatvorlage einfach so an- oder ausmachen können. Also wir haben schon OpenOffice hier und wenn Sie zum Beispiel Formatvorlage, zum Beispiel, ja, anmachen wollen, dann gehen Sie einfach hier auf Formatvorlage, dann drücken Sie drauf und sofort ist es schon an. Und wenn Sie nochmal zumachen wollen, dann machen Sie das Fenster erst mal hier zu und Sie haben auch die Möglichkeit, einfach auf Format zu gehen und dann Format 11, Formatvorlagen zu drücken und dann haben Sie das gleiche. Oder Sie drücken einfach auf Ihre Tastatur die F11 und dann haben Sie auch sofort einfach die Formatvorlagen, also F11 drücken Sie und sofort haben Sie einfach die Formatvorlagen hier und da haben Sie auch die Möglichkeit, mit Absatz zu arbeiten oder mit Zeichenvorlagen oder mit Rahmenvorlagen zu arbeiten. Und ich habe euch schon gezeigt, wie man einfach alle diese Formate einfach so anwenden kann. Und wenn Sie noch nicht gesehen haben, dann appelliere ich euch einfach, meine anderen Videos einfach nachzuschauen. Also ich freue mich und wie ich euch noch anschaue.